Sollten mal wieder keine Videos in der Abo-Box auftauchen, überprüfe bitte deine Benachrichtigungseinstellung. Yo, was geht ab meine Gamma-Freunde? Waschstudio wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video. Und heute, Leute, ist es soweit, denn mein Shop ging online. Jetzt, in diesem Moment, Leute, um 11 Uhr ungefähr ging mein Shop endlich online und ich will ihn euch jetzt kurz mal zeigen und danach dürft ihr gerne mal selber draufklicken und euch vielleicht sogar was holen. Würde mich natürlich extrem unterstützen, supporten, mega heftig wäre das auf jeden Fall von euch. Und ja, jetzt zeige ich euch das ein bisschen und erkläre auch, wieso, weshalb, wieso, weshalb, warum das so diesen Preis hat. So, Leute, let's go. Da ist er, da ist er, Leute. Kennt ihr das eigentlich schon? Hier meine Beleuchtung, hier meine Tastatur leuchtet selber in allen Farben und da auch nochmal in allen Farben. Mega, mega neu. Aber, Leute, hier noch mein letztes Video. Da erkläre ich euch, wie alt ich bin. Solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal gönnen, habe ich gestern Abend erst hochgeladen. Aber, Leute, das ist er. Das ist der Shirt Tube Shop, Leute. Und ja, das sind meine Produkte. Jetzt würdet ihr sagen, was? So teuer? Aber, Leute, und jetzt muss ich einfach darauf sagen, Leute, das Ganze ist Camouflage. Das ist ja schon mal eigentlich ziemlich die Besonderheit. Und ja, das ist zum Beispiel hier ein Pulli oder ein Hoodie, Leute, der zum Beispiel solche Special Effects hat. Und der hat mega, mega die Gucci Qualität hat. Also, da muss ich einfach sagen, Leute, da ist es der Preis wirklich wert. Die Cap, das ist noch gar nicht das Endresultat, also noch gar nicht das Endbild. Denn das habe ja ich so gemacht, Leute. Aber auch die gibt es eigentlich nicht hier im Shop in Camouflage. Also, das ist halt wirklich die Besonderheit. Und jetzt kommen wir zum T-Shirt. Und warum kostet das 24,90? Weil, das Ding ist, Leute, es ist Urban Classic. Könnt ihr es da sehen. Und das ist halt eine sehr teure Marke und sehr qualitativ gute Marke. Und das Ding ist halt, Shirtube hat eigentlich dieses T-Shirt nicht im Sortiment. Und deswegen, ja, habe ich das selber bekommen. Und darum ist das ein bisschen teurer. Aber, Leute, ja, hier nochmal mein Logo. Also mega, mega nice, Leute. Aber das Ding ist, dass ich noch ein Design offen habe, sozusagen, was ich machen möchte. Und die Besonderheit an diesem Design wird sein, dass ihr, ihr Zuschauer, ihr Community, also die Community von mir, darf dieses Logo entscheiden. Denn ich mache fünf Entwürfe zu einem bestimmten Logo. Und ihr müsst die dann später in einer Abstimmung abstimmen und sagen, welches euch denn am besten gefällt. Und ich werde dann dazu ein richtig geiles Design machen. Und das wird dann ungefähr 17 Euro kosten. Also für alle, die jetzt nicht so viel Geld haben oder so, Leute, das T-Shirt wird dann 17 Euro, weil das ist dann weiß, einfach nur weiß. Und da ist halt einfach das Problem, das ist in Camouflage, Leute. Das ist halt abnormale, gute Qualität und nicht einfach nur weiß oder schwarz. Und ja, darum wird es auf jeden Fall ein Girlie-Shirt und ein Man-Shirt geben, sozusagen, für 17 Euro dann. Aber erst am 1. Juli. Also unbedingt am 1. Juli, dann mache ich das. Und ja, Leute, ich bin glücklich. Es ist mein erster richtiger Shop. Ich finde das mega, mega heftig. Danke für den Support, dass ihr mir das ermöglicht, weil Shirtube hat natürlich auch Aufnahmekriterien, wo eine bestimmte Abo-Zahl oder sowas entscheidend ist. Und die habe ich erfüllt, Leute. Wir haben auch fast schon, zeige ich euch, schon fast die 57.000 Abonnenten. Werde scharf. Zack. Ja, 57.000 Abonnenten, das ist abnormal heftig. Also danke dafür an euch, Leute. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall mal beim Shop vorbei. Würde mich sehr freuen. Es kommt sogar noch eine Handyhülle dazu. Also für jeden was dabei. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt wieder arbeiten und wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Morgen. Hau rein. Tschönen Mittag. 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 Vielen Dank.